Das hier ist noch ein bisschen Zukunftsmusik und das Bild sagt auch nicht viel aus. Siemens hat dort etwas in der Forschung, was Folgendes tut. Sie beschreiben dem System, das hier will ich bauen. Es bekommt die Konstruktionszeichnung des fertig zu bauenden Werkstückes, geben ihm die Einzelteile, legen die sozusagen auf den Tisch. Es erkennt, wo die Einzelteile liegen, was das für Einzelteile sind und wie man die zusammenbauen könnte. Es wird nicht beschrieben, wie der Zusammenbauprozess funktioniert, sondern die Künstliche Intelligenz denkt sich selber, welche Teile zusammengehören könnten und wie man die miteinander verbindet. Wie gesagt, das funktioniert noch nicht gut, das ist am Anfang, das dauert noch einige Jahre, bis es funktioniert. Aber wenn man sich das vorstellt, dass solche Dinge, dass die Maschinen sich selber denken, wie sie etwas tun, dann können wir einen Wandel der Gesellschaft bewirken, der zum Beispiel mehr Reparatur und weniger Wegwerfgesellschaft macht. Reparatur wird heute deswegen nicht gemacht, weil es zu teuer ist. Menschliche Arbeitskraft ist knapp, ist zu teuer. Wegwerfen, neu produzieren heißt, die automatische Fertigungsstraße baut das neue Gerät. Aber wenn jetzt die automatischen Reparaturroboter das Gerät reparieren, dann sparen wir eine Menge Ressourcen. Und wenn die Ressourcen immer teurer werden und die Arbeitskraft immer billiger durch die automatische Arbeitskraft, haben wir plötzlich die Möglichkeit, wieder zurückzukommen zu einer Gesellschaft, die mehr repariert und weniger wegwirft, was auch besser für die Welt ist. Also wird Ihre Empatigung Bistigercom d